Was ist das Problem, wenn man die Arbeitslosenquote berechnet? Was ist das Problem, wenn man die Arbeitslosenquote berechnet? Ja, die Arbeitslosenquote ist ja die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen dividiert durch die Zahl der unselbstständig Beschäftigten. Ja, das ist ja dann eine Quote, das Ganze mal 100, dann haben wir einen Prozentwert. Das Problem ist im Zähler, ja, man sagt doch, es gibt Lügen, es gibt schlimme Lügen, es gibt statistische Lügen. Ja, was ist also das Problem? Das Problem ist, kann man es kurz sagen, gemeldete Arbeitslose. Hier liegt das Problem. Das ist der Wert, der im Zähler dieses Bruchs auftaucht, gemeldete Arbeitslose. Und gemeldete Arbeitslose sind nicht, sind nicht zum Beispiel Umschüler. Man kann, wenn man das hier so ein bisschen kritisch beleuchtet, kann man sagen, dass der Staat sich über Jahre, und zwar alle politischen Regierungsparteien, bessere Arbeitslosenstatistiken erkauft hat, indem er Menschen in Umschulungsmaßnahmen gesteckt hat. Denn sobald diese Menschen von der Arbeitslosigkeit, von der gemeldeten Arbeitslosigkeit in eine Umschulungsmaßnahme rübergeschoben werden, sind sie nicht mehr gemeldete Arbeitslose, sondern Umschüler. Dann die Ein-Euro-Jobber. Auch diese Menschen rechnen nicht auf die offizielle Arbeitslosenquote. Und ebenfalls nicht. Hier steht nicht davor. Nicht erfasst in der Statistik. Menschen, die sich nicht arbeitslos melden. Menschen, die sich nicht arbeitslos melden. Ja, das sind, naja, das Problem, beziehungsweise die Probleme. Also das Problem ist, dass nur die gemeldeten Arbeitslosen erfasst werden. Und das Gemeldete bezieht sich auf das hier. Also Menschen, die sich nicht melden, werden nicht erfasst. Und das andere, also diese beiden hier, bezieht sich auf das Wort Arbeitslose. Denn die gelten nicht mehr als Arbeitslose. Umschüler und Ein-Euro-Jobber gelten nicht als Arbeitslose. Also hier in dieser Wortwahl und in der Definition des Wortes, oder dieser beiden Worte, vor allem in der Definition des Wortes Arbeitslose, liegt das Problem. Was sind Arbeitslose? Und Arbeitslose sind nun mal nicht Umschüler und nicht Ein-Euro-Jobber. Ja, das ist das wesentliche Problem dieser Arbeitslosenquote. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.